Herzlich Willkommen zurück zu Part 32 und jetzt sind wir wieder bei Red Dead Redemption und wir gehen jetzt zu HBSK, wollte ich schon gerade sagen, nein, Abraham Reyes. SQL suchen wir uns jetzt, warum nicht hat der Ding, ach, was wollt ihr denn, ihr dummen Köter? So, ja, so musst du dazu auch nicht ausrasen, Pferdchen. Die Tore von El Presidio. Alles zu verlassen? Hallo, seid ihr noch da? Was passiert? Hallo, ist dir was passiert? Was passiert? Das ist der beste Mann, was ich in Mexico? Oh, ich bin in Mexico! Oh, wie gut! Oh, wie gut! Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! движ �Conkie độ Rico Danielrichos! Oh, oh! Oh, okay! mistман ist immer sagen, aber die immerhctive... Und ich dachte nur, sie war viel... Die Sendungbel embargo! Sie waren- Oh! Okay,した! Ich holend una, die lady her zijn, ich kann. Ich gude sie, wenn du da, wenn du serestal bist! Das ist dein Mann. Oh, du bist du, du bist du. Du bist schon mini. Gut. Hast du wenigstens einmal was ordentliches gemacht. Du dummes Schwein. Ich möchte nicht als Beifahrer fahren, ich möchte selber fahren. Mann. Wie weit ist es weg? Okay, nicht so weit. Wie weit ist es? Mein Bruder! Ich habe gerade gesagt, dass du mit Allende in der Sepulchre geteilt hast. Endlich, der Santa ist tot. Und warum hast du ihn nicht selbst verletzt, wenn mein Mann dir die Chance hat? Ich kann sehen, dass sie es mehr als ich wollte. Der Santa hat mir gegeben, was ich brauchte. Oder ich dachte, er hat. A lot of young boys will sleep safer in their beds, jetzt. Der Santa war nur folgen. Er war dumm und loyal zu seinem Schmerz. Aber das ist alles. Ja. Ich hätte ihn selber töten können, aber sonst hätten wir das gemacht. Nichts. Wo sind sie, Abraham? Sie sind im Presidio, John. Kannst du es glauben? Der Ort, wo wir uns erst kennengelernt haben? Der Ort, wo wir uns erst kennengelernt haben. Das ist eine meiner größten Verteidigung gegen Allende's Traitor. Du kannst nicht eine bessere Geschichte schreiben. Es ist eine Geschichte, die ich möchte. Es ist eine Geschichte, die wir beide wollen, mein Bruder. Wenn meine Rebels in den Presidio nehmen können, dann können wir auf die Escalera gehen. Die Revolution ist passiert, John. Sie sind sicher, dass sie da sind? Escuela und Williamson? Javier Escuela ist da. Ich bin sehr sicher. Ich weiß nicht über Williamson. Escuela wird das jetzt machen. Ich habe gesagt, dass sie jemanden bezahlt, um sie zu retten. Sie sind in seiner Schutz, seitdem du in Mexiko gekommen bist. Siehst du? Du solltest auf dein Bruder, Abraham, immer wieder. Wenn wir ihn haben, dann kannst du mich fühlen. Du solltest nicht so schlecht. Immediately, nachdem du mich dankbar für alles, was ich für dich getan habe, amigo. TNT erstmal hinten drauf. Muss noch einen draufschießen, sonst fliegen wir in der Luft. Die Spinner. Ich wusste, dass ich den Namen Javier Escuela schon gehört habe. Er ist von dieser Provinz. Sie sagten mir, er war ein Notorious Bounty Hunter, und auch ein von den ersten Revolutionärern. Das klingt so richtig. Alles, bevor meine Rebellion ist zu großartig, natürlich. Ich glaube, dass ich in Europa zu gehen war. Ich war in Madrid, mit der Frau der Herrscher. Das klingt so richtig. Es war immer so. Escuela war immer ein Torn man. Ein Cyniker, der schrecklich wollte sein Romantik. Whereas, du jung bist ein Romantik, der will sein Cyniker. Javier würde sterben, für was er glaubte. Er hatte viel Fassion, aber keine Liebe. Obwohl er wirklich admiere Dutch, natürlich. Aber dann haben wir alle gemacht. Er war der Leiter von dein kleinen Gruppe von Fortunehundern. Wenn Dutch angefangen hat, er hat Javier nicht mehr als jeder. Er hat so schnell an. Er macht Bedingungen. Er hatte ein allergleichen. Er war der eine Sache, die er immer信 in hat. Er hat sich so viel zu tun. Er hat ihn nur auf ihn von Fassion gemacht. Er hat ihn nicht genau von Fassion gemacht. Er hat ihn nicht wirklich von Fassion gemacht. Er hat einen Kommen gemacht. Er hat mich nicht mehr als ich oder jemanden. Er hat noch nicht mehr als seine sogenannten Freunde. Er hat mich gebrochen. Er hat mich verloren, aber er hatte die Chance zu schützen. Ich bin hier für Rebett. Ich brauche ihn und Williamson. Wer war die Frau da? Ein weiterer Vertreter, Freie, Mexico. Was? Willst du ein Name? Du kannst nicht den Namen der Frau, wo du bist. Hast du nie gehört, John? Ich bin ein semi-litererter Farmer und ein Killer. Ich bin nicht in den Power-Games. Dann wirst du nie wissen, dass jede Frau die Frau ihr Kind hat. Für sie wird es ein Ehre. Ich habe über genug Basterz gehört, ohne zu viel mehr von mir zu machen. Ein Mann wie ich kann nicht mit nur einer Frau. Das wäre eine Angelegenheit für die Menschen, die ich meine Leben verletzt habe. Ich bin auch. 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 Das ist nicht, nicht weit. Was denkst du von den Mexikanern? Ich bin nicht sicher. Einige von ihnen sind nett, aber viele von ihnen versucht mich zu töten. Komm, mein Bruder. Ich weiß, was die Amerikaner uns nennt. Gräser, Zung-Greeners, Pfeffer-Guts. In der Lande der Immigranten, du bist nicht sehr interessiert. Ich weiß nicht, wer ein Mann ist, was er macht oder wo er ist. Es ist so einfach für dich, nicht wahr? Du wirst ein guter Socialistisch machen. Was über die chinesischen Arbeitgeber? Ich höre, du hast nicht genau sie sehr willkommen gemacht. Das ist anders. Sie sind eine Inferior-Rase. Du hast alle die Begründnisse von einem großen Lieder, Abraham. Jetzt habe ich aber die Schnurrte voll. Von den Scheiße-Erzähler. Lade schneller. Das ist nichts mehr passiert. Das ist nichts mehr passiert. Hier ist nichts mehr passiert. So. Er ist geschafft. Mein Mann wird ein Ruse attack auf der Seite des Entferns zu der Fork. Insofern, mein Mann, mein Amerikaner Freund, wird diesen Wagen in der Frontgabe und aufbauen, mit deinem Kloch. Es wurde mit fünf Kräts von TNT. Das klingt verrückt. Wie lange ist das Fuse? Ja. Wie ich sage, es ist viel Zeit. Es ist ziemlich lange genug, glaube ich. Ich sehe dich in dem, Amigo. Ich sehe dich in der Frontgabe. Ich sehe dich in der Frontgabe. Ich sehe dich in der Frontgabe. Ich meine, dass du das so machst. Aha, tot. Töt ihn doch. Ah, das ist doch nicht tot. Wir haben ihn mit. Geh, find die Schwestern, Junge! Leave die Armee zu uns! Ich will sie! 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 Wenn ich einen sehe, ist der gleich schon cool. Wer seid ihr denn? Das ist ein welcher von uns. Ich war lang. Erstmal muss ich das Mikro wieder hinschauen. Stimme, die. Erstmal gehen wir hier auf. Ich weiß nicht, was ich zum einen? Was für euch ist das? Wer ist das? Wer seid ihr versteckt? Das ist nicht wahr, ich weiß nicht. Das ist nicht wahr. Ich weiß, dass du hier bist, old friend! Ich krieg die erste Kruella. Ah, ich hab den Fuß geschossen. Ich hab den Rücken geschossen. Ich hab mich geschnitten und getötet. Ich hab ihn auch getötet. Hier waren nur Scharfschützen. Ein Scharfschütz. Das ist doch sehr cool. Dann gehen wir mal bei den anderen suchen. Runterrutschen. Na, dann gehen wir mal wieder raus. Hier war nämlich nix. Dann gehen wir mal hier rein. Oder kommen wir hier vorne oben nicht rein. Oh, wer ist denn da? Hallo, old friend. Ich will einfach sprechen. Woher kommen sie von? Mach auf. Oh, wer ist denn da? Hallo, old friend. Es hat lange Zeit. Hallo, brother. Es ist gut zu sehen. Die Kirche ist gekommen. Du hast deine Zeit, nicht wahr? Komm schon, du kannst deinen eigenen Bruder schießen, oder? Wir waren eine Familie. Ja, wir waren. Und du und die Deutsche sind so verrückt, und die Familie nicht so viel bedeutet. Also, jetzt machst du die Regierung. Und was machst du? Du hast nur für einen anderen Regierung gearbeitet. Komm schon, brother. Ich denke, wir sollten uns in unsere separate ways gehen, oder? Was du und Dutch getan hast, war falsch. Und die Art, wie du mich verlassen hast, war falsch. Ich liebe dich, aber... Ich denke, es ist du oder ich. Wie ich sehe, könnte es sein. Wir denken, du bist tot, brother. Ich versuche. Ich sage dir die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. In Deutsch. Deutsch ist in Kolumbien. Ich kann dich direkt hin. Ich sage dir die Wahrheit. 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 Oh, du hast alles falsch gemacht, brother. Ich liebe dich immer. Auch jetzt. Fick dich! Scheiße! Wo ist er? Wo ist er? tot bitteschön Arschloch ich fessel ihn doch nicht die wenigstens sie er ist schuld mein Freund guck nicht so blöd genau hier waren wir doch schon oder ich zumindest aber hier war nur ein Scharfschüttengewehr oder ist das jetzt ne das ist ein anderes Haus oder? ne weiter weg was mach ich denn? nein bin ganz schön falsch ja ich behörte es ja schon die Kanone die Kanone die blöde die fッ Macht das Spaß, ne? Er kommt. Guck mal. Fuck. Haben wir gesagt, er ist tot. Nee, oder nicht? Yes. Nicht tot. Jetzt ist er tot. Der ist doch tot. Wie soll ich den da mal aus dem Gefängnis holen? So. Wo ist Williamson? Ach. Eine von beiden ist schon mal tot. Das ist super. Gibt es mir zwar nicht, aber schon mal anfangen. Ah. Ich bin in Mainz. Er ist aber tot. Er ist tot. Er ist tot. Er hätte natürlich fest. Und genau, das hätten wir das gebracht. Natürlich den Aufenthaltsort hätte er mir bestimmt nicht waren. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Arschlöcher. Dreckigen Arschlöcher. 300. Staubmantel Menüeintrag. Ere Friedenstifter. Söhne Mexikos. Yay. Ramita de la Bayer. Staubmantel Menüeintrag vollendet. Geil. Wenn er jetzt nicht weitergeht. Irgendwelte Taten. Warte. Ah yes. Ram Reyes. Irgendwelte Taten haben die meisten Geschäften einbrechen. Jetzt kannst du nur den Staubmantel. Aber gut. Machen wir das doch. Weil ich werde nicht genau nach Reyes. Mach ich hin. Ne. Erstmal hier zum Haus. Ich gehe jetzt hier in den Büchern. Und dann baue ich mir einen Camp auf. Dann werde ich natürlich. So. Dann werde ich dann zum Zielort reisen. Und nach Wegpunkt reisen. Verdammt. Auf jeden Fall war es schon mal Esquella da. Ich hätte natürlich Leben fangen können. Aber ich weiß nicht, ob mir das mehr gebracht hat. Das konnte ich dir mir ja sagen. Aber. Hauptsache ist schon mal tot. Ob er einfach durch mich stirbt oder durch die. Ist ja eigentlich wurscht. Ich finde ich tot ist tot. So kann er. So oder so kann Schaden mehr anrichten. Was ist denn je passiert. So. Gut. Muss ich jetzt schon spüren. Aber ich will erst. Hier gleich speichern. Aber hier will ich erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns an Abraham Ray jetzt gleich wieder. Bis dahin. Hau da rein. Und Chosen. Chosen.